Einschlafen in Tolkiens Welt Heute Galadriel Galadriel ist im Legendarium ein Elb. Sie ist Herrin von Lothlorien und im dritten Zeitalter einer der bekanntesten und mächtigsten Elben in Mittelerde. Galadriel stammte aus den edelsten Häusern der Elben und war mit den drei Völkern der Kalaquendi verwandt. Sie ist das jüngste Kind von Finarfin und Erwin und damit die jüngere Schwester von Finrod, Uredreth, Angrod und Aegnor. Sie war es, die Feanor misstraute und die Elben vor ihm warnte. Genauso wie sie sich weigerte, ihm eines ihrer Haare zu geben, damit er es in einer seiner berühmten Gämen benutzen konnte. Dennoch befürwortete sie aus Stolz den Auszug der Noldor und ging mit den meisten von ihnen nach Mittelerde. Dort heiratete sie den Sinder Keleborn und stand ihrem Volk im Kampf gegen Melkor bei. Im 8. Jahrhundert des 2. Zeitalters half sie dabei, das Elbenreich von Eregion zu begründen. Sie erkannte Sauron trotz seiner Verkleidung sofort und versuchte, die anderen Elben von ihm zu warnen, als dieser sich in Eregion einschlich. Als Saurons 1-Fluss sich dort immer stärker bemerkbar machte, ging sie nach Lothlorien, wo sie die verstreuten lebenden Waldelben dazu brachte, sich zu sammeln und um ihr Land zu kämpfen. Sie gründete mit den zauberen Gandalf und Saruman und anderen Elben den Weißen Rat. Sie war die Einzige, die Gandalf für den Sitz des Oberhaupts des Weißen Rats vorschlug und für ihn stimmte. Sie und Gandalf waren die Ersten, die zu einem schnellen Vorgehen gegen Saruman während seiner Zeit in Dolguldur im Süden Düsterwalds drängten. Im dritten Zeitalter wanderte sie weiter in Mittelerde umher, meist zusammen mit Celeborn, mit dem sie später wieder nach Lothlorien zurückkehrte, um die Reste der Galadrim vor der Vernichtung zu bewahren. Sie war die Letzte, die sich des Schwurs in Valinor aus eigener Ansicht erinnern konnte, doch hatte sie selbst nicht den Schwur geleistet. Damit ist sie im dritten Zeitalter Mittelerdes die ranghöchste Noldo, in einer Zeit, in der dieses Volk kein König mehr hatte. Nach der Vernichtung des Meisterringes und dem Fall von Baradur begann Galadriel die Last der vergangenen Jahrhunderte zu spüren. Zwei Jahre nach der Hochzeit König Elasars mit ihrer Enkelin Arwen ritt sie aus Lothlorien fort und bestieg gemeinsam mit Gandalf, Elrond, Frodo und Bilbo das Schiff an den Grauen anfuhrten, um in den Alten Westen zu fahren. Galadriel war eine Seherin, ihre Macht bestand allerdings nicht, in gewöhnlicher Telepathie oder Hellsicht, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte. Stattdessen war sie imstande, anderen ins Herz zu blicken und dabei sogar solche Absichten zu entdecken, über die ihr Gegenüber sich selbst nicht einmal im Klaren waren. Auch zeichnete sie sich stets durch große Weisheit und vor allem Voraussicht aus. Ihre Eltern hatten die Namen Arthanes, edle Frau, ihr Vatername, und Nerven, Mannmädchen, gegeben. Sie nahm jedoch später den, den Apässe Altariel, Quenya oder Alatariel, Tellerin an, der ihr von Keleborn gegeben wurde. Dieser Name bedeutet wörtlich mit einem Strahlenkranz gekrönte Maid. In der Verbannung nahm sie jedoch die Sindarin-Form Galadriel an. Denn auf Befehl Tingols sollte die Sprache der Noldur im Beleriand nicht mehr ausgesprochen werden. Im Gegensatz zu ihren Gatten in Keleborn hat Galadriels Name keine Beziehung zu Bäumen. Somit ist die oft angegebene Beschreibung des Namens Galadriel, sind Galad-Baum, hinfällig und nicht korrekt. Diese falsche Schreibung kam wahrscheinlich auf, da ihr Name mit dem Volke Loriens, den Galadrim, Baumbewohner, assoziiert wurde. Galadriel ist die Trägerin von Nenya, einem der drei mächtigen Elmringe, der jedoch nach der Vernichtung des Einrings stark an Macht verliert. Auch begründet sie zusammen mit Saruman, Gandalf und Elrond den Weißen Rat. Mit ihrem Ehemann Keleborn hat sie eine Tochter namens Kelebrain, die Gemahlin Elronds und Mutter der Zwillinge Eladan und Elryor, sowie von Arwen Abendsternwirt. Bevor sie nach Eregion kam, wohnte sie einige Zeit zwischen 350 und 400 des Zweiten Zeitalters mit ihrem Gatten Keleborn am Ewendemsee, nördlich des Auenlandes. Galadriel galt als die größte Frau der Elben. Sie wurde mannshoch genannt, was einer Größe von zwei Rangaben entspricht.